Na alle zusammen, hier ist wieder Echela und Töchter für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder seinen kleinen Toy Guard präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Toy, das wir nur als Draenei bekommen können und zwar haben wir hier Draeneiischer Holostein. Dieses Toy kriegen wir über die Heritage Armor Quest vom Draenei, also über die Rassenausrüstung quasi. Und dieses startet bei den Draenei mit Patch 10.2.7, einmal hier in SW vor der Botschaft von Sturmwind. Da starten ja die meisten von diesen Questreihen für die verschiedenen Völker und das Ganze hat jetzt bei mir etwa 30-40 Minuten gedauert. Ich habe mir aber auch die kompletten Storys einmal angehört, da ist alles vertont, ist eine nette Geschichte, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und am Ende gibt es halt eine schicke Ausrüstung, beziehungsweise noch einmal dieses Toy und das ist einfach ein Ruhestein, den wir aber nur einsetzen können als Draenei oder lichtgeschmiedeter Draenei. Ich setze den jetzt mal ein. Ich habe jetzt leider noch Cooldown hier drauf, aber auf dem zweiten Account habe ich mir auch einen Draenei geholt und der dürfte keinen Cooldown haben. Jetzt schauen wir mal, holo, genau da haben wir, Draeneiischer Holostein und dann können wir uns das angucken, wie das aussieht. Und ihr seht, wir verschwinden so langsam, beziehungsweise, ne, wir verschwinden nicht. Doch, jetzt verschwinden wir. Fährt quasi so durch. Warte mal, wir können es uns vielleicht nochmal ein bisschen besser anschauen, wenn ich einen Ticken weiter reingehe. So. Wenn wir uns das auch mal hier drauf beinden. So, jetzt sehen wir es so ein bisschen besser. Also das scannt einmal so durch und wir verschwinden dann so ganz langsam. Hat schon einen relativ coolen Effekt, muss ich sagen. Ich mache es ab, genau. Das ist quasi das Toy. Toy hat die gleiche Abklingzeit, wie euer normaler Rührstein und ersetzt den natürlich auch. Also theoretisch könnt ihr, wie bei den ganzen anderen Rührstein-Toys, euren Rührstein dann wegschmeißen. Neu könnt ihr euch den quasi immer holen, wenn ihr mit dem Gastwirt spart, äh, bredet, dann spart er euch quasi ein Slot im Inventor. Genau, das war es soweit mit dem kleinen Guide. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.